Ein wunderschön. Hakuna, mein Tata, meine Freunde. Es geht weiter. It takes two. Ich weiß gar nicht, ob wir schon nahe am Finale sind. Auf jeden Fall haben wir noch ordentliche Aufgaben zu erfüllen. Unsere Beziehung ist immer noch am Arsch. Deko, unsere Beziehung ist immer noch am Arsch. Unsere Beziehung ist sowieso immer am Arsch. Und deswegen geht's weiter und wir arbeiten dran. Ich züge die durch. Ja, ich bin auch am Start. Danke fürs Vorstellen und Ansagen und Moderieren und sowas. Küsschen. Guck mal, hier ist so ein Schwertwahl. Oder ist das ein Sperrfisch? Was ist das für ein Fisch? Ein Sperrfisch? Das ist ein Schwertfisch. Oder auch ein Marlin. Ein blauer Marlin. Digger, alter. Er ist richtiger Aquamarin, ey. Was ist los mit dir? Ja, ich hab irgendwann mal eine Doku darüber gesehen. Und was ist das hier? Alles. Das ist ein Schneemann. Ein Schneemann unter Wasser? Das kann nicht sein. Oh, Digger, da ist ein Anglerfisch. Alter. Digger, da hab ich nochmal eine Doku drüber gesehen, über die Anglerfische. Die sind richtig eklig aus, ey. Die leben nur... Einer Milliarde Kilometer unter der... Unter dem Waffe. Kann ich da reinschwimmen in seinen Mund? Oh. Ja, kann ich. Oh. Das ist sehr gefährlich. Geht da nichts in den Anland, Mavi. Hat sich seine Lappenfarbe geändert oder war die Feuer aufs Spiel? Ja. Hallo. Digger, wie er aussieht. Digger, wie er aussieht. Das ist aber so ein komischer Automat. Kann ich hier irgendwie was... Hier. Hier, hier ist was. Hier. Komm. Komm zu mir, Bruder. Hey. Hier, guck mal. Das muss da drauf. Ziehen, Bruder. Ziehen. Ja, komm. Boah. Wie stark wir sind. Willst du das bei allen machen? Alter Schwede. Hier drauf. Der, 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 äh, ne? Oh, oh. Er kommt, Bruder. Er kommt. Runter, Bruder. Runter, Bruder. Zur Seite, Bruder. Ja, ist er drauf? Oh. Und jetzt drehen. Oh. Oh, er erstickt. Ziehen, in, rein. Ziehen, in, rein. Ziehen, in, rein. Oh, oh. Hast du zieht zu dem hier? Zu dem hier? Ja, ja. Oh, oh. Der kleine Angler für mich. Er kommt. Liga, kann der uns auch fressen, wenn wir die Wrench dran haben? Weil dann müsste ich eigentlich dran verschlucken, oder? Eigentlich schon, ja. Und dran. Putz. Oh, zu weit. Oh, ah, nach oben. Ein bisschen über dem Ziel hinaus. Und jetzt da unten? Ja, das ist gut, oder? Oh, ja, ja. Wo ist er? Dreh, Bruder, schnell, in die gleiche Richtung. Dreh, Bruder, schnell, in die gleiche Richtung. Oh, 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 oh. Oh, ja, ich hab den Waffling. Dreh, ich kann leider nicht drehen. Dreh, Bruder, drehen. Ich dreh, Bruder. Tschucka, 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 tschucka. Okay. Oh, oh. Ich glaube, jetzt können wir... Wo ist der Witzel? Äh, da hinten. Da, 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 da. Da, 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 nehm ihn, nehm ihn, nehm ihn. Oh, oh. Gott. Trottel. Digga, beeil dich, komm. Schnell, 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 schnell. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir? Ja, easy, easy, easy. Digger, ich fühle mich wie ein Heimwerker. Meinst du, ich kann mein Haus noch alleine renovieren? Ja, auf jeden Fall. Mach das bitte. Ich glaube, nachdem ich das hier geschafft habe, ist das schon ein bisschen so eine Ausbildung, oder? Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Hallo, kannst du vielleicht runterschwimmen, du Lacken? Digga, diese Perspektive. Oh mein Gott, Bruder. Ist du tot? Schade. Nee. Oh, ich komme zu dir, Bruder. Ich bin der einzige, der arbeitet, Alter. Ja, du wirst doch nicht die ganze Zeit von so einem Anglerfisch zerberste, Digga. Ja, der hat auf dich zweimal, auf mich zweimal, ja? Das ist jetzt nicht so, als wärst du hier irgendwie das einzige Opfer. Hier, nach unten, Bruder, nach unten. Ja, oh, geht doch, ey. Was für eine Kackarbeit, ey. So, schnell, 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 schnell. Er kommt, ne? Oh, oh. Ah, ist kein Gegenwart. Jawollo. Was ist das überhaupt? Da kommt jetzt, das ist auch die Zahnpasta, Alter. Das ist die Sweetness. Zahnpasta ist flowing again. Digga, eins von drei erst. Digga, das war voll die Arbeit. Äh. Aber was ist das für ein komischer Roboter, der mit... Oh, oh. Äh. Der mit Zahnpasta war. Okay, Nummer eins haben wir. Vielleicht war das schon der krasseste Shit. Und die anderen Rätsel sind ein bisschen einfacher zu lösen. Oh, ich finde geil, dass wir das hier schneller machen, äh, können. Hier ist auch noch was. Ins Algenfeld. Alge, Alge, Alge. Alge, Alge, Alge. Oh, hier ist ein Otter mit... Flügel. Otter? Guck mal hier. Ein Otter? Ist auch ein Schneemann, Digga. Oder so ein... So ein Schneemann, Bruder. Nee, nee, ist wieder so ein Schnee... Sein Stachel, sein Nasenstachel, äh, durch den Helm durch. Der gute alte Nasenstachel. Der gute alte Nasenstachel. Okay, stimmt. Ja, hier ist auch wieder so eine Leitung. Tschuh. Gut. Hallo? Komm doch mal her hier. Ja, beruhig dich. Rein da, in die Alge. Oh, das sieht ja mal gruselig aus. Das hier ist ein Walfeldhof, glaube ich. Ja, abtime, Digga. Abtime, Digga. Kann er auch abtime? Digga, wieder aussortieren geht's ja ab. Geil, Digga. Du hast es einfach drauf. Der Rhythmusgefühl, er ist mit dir. Hallo. Boah. Das war geplant so knapp. Um krasse auszusehen. Digga, was war denn hier gerade los? Richtiger Delfin. Bruder. Kuah. Gra. Tschu. Kuah. Achso, ich war schon richtig hier, ne? Tschu. Tschu. Putz. Ähm. Ja, du bist lost. Wir sehen's dann, ne? Deine Mama ist lost, Junge. Oh, fuck. Mach ich hier? Ahaha. Ahaha. Nein, wieder haltest du von vorn, oder was? Lass mich an den Haken, Junge. Lass mich doch an den Haken. Komm nicht an den Haken. Komm nicht an den Haken. Komm nicht an den Haken. Den Haken kannst du haben. Ich kann einfach ganz knapp nicht an den Haken rankommen, Alter. Den Haken? Was? Ah, ist das nicht angenehm. Ich tue schon mal weiter, ne? Wir sehen's dann im Ziel. Nee, du wirst schon wissen, wie du herkommst. Hä, was ist das hier? Hä? Spitzen? Ah, hier wollte ich hin. Ah, ich brauch deinen Support. Hier brauch ich deinen Support. Digga, da bist du erst. Ey. Verall dich mal. Komm her. Hallo, da musst du nicht hin, du Lappen. Ja, wegschießen lassen davon. Komm nicht dran. Hier ist, äh, jetzt diese, diese Turbinen. Die musst du wegschießen. Glaube ich zumindest. Kannst du da irgendwas machen da oben? Doch nicht, shit, ey. Ich dachte, du kannst irgendwas machen, Bruder. Einmal nach unten gehen hier. Ahem. Hallo. Das war zu weit nach unten, würde ich sagen. Mit Shift können wir flitzen. Ah, da und so läuft das. Schuft dich natürlich. Hallo. Das, äh, habe ich, äh, gewusst. Ja, ne? Das war, ich war einfach. Ehre, ehre geht raus an dieser Stelle. Brrra, bumm. Schu. Äh, äh. Oh, jetzt wird's lustig. Wo ist der nächste Lachs hier? Na ja, los, mach es wahr. Hallo? Oh no. Oh no. Oh no. Oh nein. Oh, ich habe die Falschtaste gedrückt. So verkackt? Ich habe auszusehen, auszusehen, da, da gedrückt, wo es nix, äh, so, hallo. Ah, hast du den Auszuseher verkackt? Ne. Ah, ha, Marvin, äh. Habe ich nicht. Habe ich danach gegen die, gegen die Bergkante geschossen. So. Guck, guck, guck. Ja, das war, das war ein cooleses Rätsel, muss ich sagen. Das hat mir gefallen. All right, let's wind it up. Yep. We got this. Hallo. Hallo, ganz schön. Er dreht sich wieder zurück, Junge. Hierzu, mach. Tempo hier. Lass mal gucken, wie schnell wir kommen. Okay. Lass mal gucken, wie schnell wir kommen. Ja. Wir lassen das einfach. Okay, zwei von drei, ja? Wir nähren uns. Zweimal Zahnpastei ist da. Oder nähern uns, das hört sich besser an. Kann es sein, dass wir denen helfen, die Umwelt zu zerstören? Kann es sein, dass wir irgendwie Karyös und Baktus sind und gerade irgendwie die Zähne zerstören? Ja, wir sind Zahnpastei. Achso, ich glaube, wir müssen da oben drauf eigentlich. Da oben drauf. Haben sie da drauf müssen? Ja, weil da oben, da. Kannst du natürlich auch den ganzen Scheiß zurücklaufen. Oder schwimmen. Erster. Digger, easy gewonnen, Digger. Was ist los? Loll, da war Schnee. Oh, Rampe, Rampe. Oh, Halfpipe, Halfpipe, Halfpipe. Und erster. Oh, was? Oh, geil, Digger. Das ist ein Spiel. Komm, machen wir mit dir. Was ist hier? Hey Cody, komm her. Die Schneemänner wegklatschen. Eis rennen. Grüne Ringe geben dir einen Boost. Passiere die gelben Knoe. Okay, bla bla bla. Okay. Komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, Bruder. Hier kommt der Eisrann. Bruder. Ich wollte da die Rampe nehmen. Achso, du kannst mir die klauen. Was? Was? Der Schneemann hat mich beklaut, Junge. Der Schneemann hat mich beklaut, geil. Die sind stiller. Brr, Stacing. Love it. Digger, ich brauch auch einen Boost. Was? Hier ist ein, äh, nein. Ich hab's richtig hart verkackt. Ich wollte auch jemanden schoppen, aber da kommt man nicht. Ja, die zählen mich ab, die Schneemänner. Loll. Wie gut sind die? Okay, warte, jetzt muss ich tryharden. Sonst komm ich hier gar nicht mehr. Tryharden, los. Ja. Ja. Geh weg. Hauptsache, die Schneemann können nicht rammen. Die haben, äh, die haben Körper. Ja, ich bleib einfach hängen, oder was? Komm, Bruder. Schneller. Digger, musst du auch die ganze, die, die Shift-Taste spammen? Ja. Das geht mir voll auf die Finger, Alter. Schneller Boost, Bruder, Boost. Alter, letzte Runde jetzt. Easy. Hast du gerade Easy gesagt, oder hat er Easy gesagt? Ich glaube, der Schneemann sagte Easy, weil er uns so abzieht. Digger, die ziehen uns richtig ab. Los, Bruder, Boost. Nein, ich bin auf mir gelandet. Jetzt hier außen lang, Bruder. Jetzt hier lang, ja. Gebt mir den Boost. Da kann ich irgendwie F drücken, Digga. Was mach ich da? Da gleitest du oben auf so einer Rail lang. Me, gewinnst du, Alter. 30 Sekunden, Digga. Aber, äh, cool, Alter. Mag ich. Bin leider einmal an so einem komischen Ding hängen geblieben. Ja, ich auch. Oh, guck mal, hier Seerobben. Seerobben klatschen. Warte. Hier. Guck mal. Robin klatschen. Hallo, lass mich raus hier. Guck dir mal an, wie sie reagiert. Guck mal bei mir, wie sie reagiert. Junge, hier aus dem Wasser raus. Digga, was machst du denn da? Ich hab nicht gesehen. Hier. Hol mich hoch. Äh? Äh? Ja, kann ich auch... Oh, ich hab einen Fisch gefangen, Bruder. Und jetzt gebe ich dem. Oh, ja. Ich will auch Robin füttern. Hier, du, da hinten kriegst du auch einen. Ja, du kriegst auch einen hier. Brück dich. Here you go, buddy. Here you go, buddy. Ja, du kriegst noch mehr hier. Los. Ja, das reicht jetzt aber auch. Noch einiger Schluck. Okay. Stört ein Minispiele hier. Okay, lass uns runtergehen. Wir müssen noch was machen, ne? Ja, wo müssen wir hin? Okay, Alge waren wir. Äh, ich glaube in diese Richtung, da hinten. Da. Schwimmen wir aber nicht 100%... Oder kommen wir von hier? Ja, keine Ahnung. Ja, da haben wir gearbeitet. Nein. Hier müssen wir hin. Da ist schon ein repariertes Ding. Hier sind Gitter. Hier oben? Hallo? Hallo? Da ist ein repariertes Ding. Ah, Lega, guck mal. Sieht aus wie so eine Galeone von Asterix und Obelix. Hallo? Aber wir müssen einfach gucken, wo noch eine leere Leitung ist. Wo kein... Ich bin schon da. Wo bist du denn? Hier ist kein Zahnpraster. Du musst... Ich dachte, du wärst auch schon längst da. Du musst oben raus. Oben raus, ja, ja. Ah, okay, gut. Hier. Ja, das ist die Folge der kaputten Leitung. Oh, Rohre aktivieren. Okay, hier können wir nicht durch. Chicken Fingers. Hm. Oh, hier ist eine Luke, Mami. Ja, ein Luke. Aber hier sind keine Griffe dran diesmal. Hier oben. Geh durch. Oh, oh, oh. Geh da durch, Bruder. Ja, komme. Hey, ich denke, ich brauche, ich brauche, diesen hier für mich. Auf es. Okay, was geht? Lava, Bruder? Ich glaube, du musst den runterbringen zu mir. Muss ich denn hier jetzt nochmal? Wahrscheinlich müssen sie auf die Seite, ne? Ja, bin doch dabei, Bruder. Ja, falsche Seite. Also, ich könnte nur anziehen. Ja. Viel ist von unten an, Bruder. Was raffst du nicht? Ja, hier habe ich keinen Magnet. Nee, weißt du? Ich schnapp ihn hier vorher. Aha. Ja, fast. Ja, fast. Geh da unten, Bruder. Ah, okay. Steuerung ist man da. Ja. Und jetzt bitte einmal rumdudeln. Ah, ist das Lava? Einmal rumdudeln? Okay, mache ich. Aber pass auf, da ist Lava unter mir. Ja. Hallo, rumdudeln. Ey. Ey. Ja, wohin willst du? Hier in die Ecke, oder? Ja, 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 ja. Noch ein bisschen. Ja. Ich spring einfach. Okay. Okay. Ähm. Und jetzt macht den Lachs auf. Oh, what happens if I spin it like? Hey, this thing's got an underside too. Oh, hey, hey, try turning it around. Try turning it around, sagt er. Hier? Digga, was soll ich machen? Weil hier sieht es eigentlich so, es sieht eigentlich wirklich zu aus hier. Sag mir, was ich machen muss, Bruder. Oh, da ist noch ein Loch. Wo ist noch ein Loch? No. Oh, rette mich. Oh. Rette mich. Okay. Ja. Marvin. Ja. Runter. Hier. Ja. Digga, einfach gerettet. Da. Ja. Aber wie komme ich da hin? Also einfach auf die andere Seite, ne? Ja. 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 Ist ein langer Weg, aber ist okay. So. Kannst du den, kannst du einmal unten durchschwimmen? Nee, kannst du nicht. Muss ich einmal drehen oder? Ja, ich muss halt darüber irgendwie. Kannst du da drauf springen? Erstmal. Nein. Ich muss hier abholen. Er meinte auch irgendwie, du kannst es auch drehen. Ach so, warte mal. Ah, jetzt weiß ich wie. Jetzt glaube ich weiß wie. Jetzt muss ich einfach von hier. Lol. Ah. Einmal bitte, Tobi. Wenn du es nicht rausschneidest, dann... Wir haben das natürlich sofort gelöst. Bitte, geh drauf. Ich dachte, wir müssen da irgendwas... Geh drauf. Geh wieder drauf. Ah, ah, ah. Oh ja, passt. Ja, ja, ich dachte, man muss da irgendwas aufmachen und nicht nur die Seite wechseln, Digga. Ah, guck mal. Das war ja eine schöne Runde, muss man sagen. Und das war es auch schon. Manchmal denken wir komplizierter als es ist. Hm, ja. Hier, wir haben den Saft wieder hergestellt. Der Süßigkeitensaft ist on the run. Amtsache, die freuen sich gar nicht oder so, Alter. Irgendwie ein Jubel oder irgendwas. Endlich können wir weiter arbeiten. Endlich wieder Zucker im Tank. Ah, guck mal, jetzt kann ich hier raus. Warte mal, aber... Jetzt will ich nochmal checken, ob hier irgendwas ist. Ach, da kannst du jetzt durch. Ah, das wollte ich nämlich vorher irgendwie aufmachen. Okay. Ja, gut. Haben wir gelöst, ne, Easy? Das hat, glaube ich, nicht länger als 30 Sekunden gedauert. Ja, wir waren so schnell, da konnte ich gar nicht gucken so schnell. Ja, glaube ich auch. Einfach bewusst, wie es geht. Einfach bewusst. Hier oben rein. Einmal hier rein. Hallo. Einmal lasern lassen hier. Dreh dich. Ja, wir drehen den Lachs. Was können wir jetzt eigentlich machen? Was passiert jetzt? Oh, hallo. Tod. Äh. Werden wir jetzt den Leuchtturm nach oben gesaugt? Leider nicht. Oh, einfach mal laufen, ne? Ciao, ihr komischen Dudes. Ein tolles Gefühl, hier über dem Erdboden zu sein. Ja, ich muss sagen, auch so unter Wasserlevel gefallen wir eigentlich nicht ganz so gut. Habe ich damals bei Mario auch immer gehasst. Was ich aber richtig gerne mache, ich schaue mir gerne Dokus an über so Fische. Zum Einschlafen oder so. Fische oder Insekten. Also die halt schwimmen im Wasser und so. Also unter Wasser. Ja, aber es muss mehr Wasser sein. Ich finde, ich finde, äh, ja leider wirklich Süßwasserfische abnormal langweilig. Press the button, Bruder. Press the button. Richtige, wichtige Lame-Langweiler. Richtiger Fisch-Nazi, Alter. Hauptsache, erstmal du machst den Leuchtturm an und es kommt so eine Fisch, äh, so eine Schiffstrompete. So richtig, ähm, geistet, RIM, Pacific Rim-Prompete, RIM-Job. Ja, genau, RIM-Job. Okay, nicht googeln, bitte. Ah, jetzt haben wir eine Gondel hier, Marvin, romantisch. Na, sogar Sicherheit, Sicherheit first, Safety first, alles Bescheid. Unsere Magneten furzen. Ah, ich würde auch mal so gerne wieder in, in, Skiurlaub. Das wäre angenehm, ja. Ich habe richtig Bock drauf, ey. Das letzte Mal war ich mit 18, vor 12 Jahren, ey. Tschüss. Hat es so lange gewesen? Ja. Ja, ich glaube. Oh, und dann haben wir das Leck und das Rücken, weißt du? Oh, nicht mich daran erinnern. Aber vielleicht, wenn wir die Haus verabschiedet haben, vielleicht gibt es ein bisschen Geld für ein Wochenende. Hey, du könntest Rose in Waterland nehmen. Ja, das ist eine gute Idee. Sie hat uns alle Sommer verabschiedet, um sie dort zu holen. Und dann werde ich sie wieder nehmen, wenn es meine turn ist. Ja, sie wird bald gehen. Double die Spaß. Ja. Ja, double die Spaß. Da beginnt das Zweifeln. Lol. Wie klischeehaft. Aber doch nicht. Doch nicht stuckt. Dafür werden jetzt hier eingesperrt auf der Gondel und müssten reden. Yeah, Baby. Oh, rappe, 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 rappe. Yeah, du hängst an deine Gläser. Das wird ein Rücken. Yeah, Baby. Alter, Tony Hawk, wer ist er? Warum bist du schneller, Alter? Ja, du musst auch springen am Ende der Rampe, Junge. Schuua. 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 Alter Schwede. Das war nicht schlecht. Schuua. Schuua. Oh, das will ich machen hier. Hallo, das will ich machen hier. Schuua. Schuua. Jump, Bruder, jump. Rüberspringen. Schuua. Weil man es kann. Oh yeah, Bruder. Weil man es kann, Digga. Hier, weil man es einfach kann. Schuua. Ja. Schuua. Hier ist nichts. War ich da hochjumpen irgendwie? Ne. Digga, diese Actionmusik. Aber hier ist wie in der Ray. Ab ich einmal versucht, um ein Snowboard zu und so hat er sofort gemauelt, ey. Das glaube ich. Oh, oh, krasser Sprung. Mit Spitzen am Ende. Oh, geil, 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 geil. Ja! Digger, viel zu weit gesprungen. Was ist los? Hallo? Was ist das? Ich habe meinen Arsch gebucht. Oh, guck mal, da ist der Endgegner Und Ist das hier Arctos-Feld Jetzt ist Snowman Kann ich den ziehen? Hallo, ist das ein Affe? Oh, da oben drauf ist ein Hat der einen Baumstamm im Kopf? Ach nee, das ist sein Baumstamm wahrscheinlich Oh, warte, warte Achso, ich dachte, du wär ein Gegner Nee Irgendwie muss ich, ah, warte, hier ist ein Hier ist ein, hier ist ein, ja Ja, ja, ja und Ja, ja, aber nee Wie kommt man da drauf? Müssen wir erst das Eis wegkriegen Spatz, hier so wieder? Huah Da oben drauf will ich Ah, ich kann auch hochhoppen hier Ah Digga, guck mal, wie er guckt Die Augen verfolgen mich sogar Ja? Ja, richtig gestört, ey Cranker-Type, ich glaube Ich glaube auch, das ist hier Der will uns gleich noch zerstören Der will uns nageln, ja Okay, jetzt da hinten zu diesem Greifarm Drive me, May, drive me Go, 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 go home Go, go, go hard or go home Go, 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 go Hallo Ich glaube, hier kannst du was kaputt machen, ne? Ja, das musst du kaputt machen, hier, Bruder Oh Ja, wohl, merci, danke, danke für die Blumen, hallo Vielen Dank Für die Blumen Oh, ach, da war Vielen Dank Für die Familie Ich glaube, du musst mich schieben Ich glaube, du musst hier hoch mit diesem Ding springen Okay, dann muss ich schieben Nein, 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 nein Don't do it Meinst du nicht? Nein, nein, nein Und jetzt Kannst du mal schneller machen, Junge Digga, er ist einfach der Profi-Brüder Und Nein, 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 kannst du nicht Oh, fuck Jetzt bin ich wieder ganz unten Nein, nein, nein Nein, nein, nein Digga, ich dachte, ich sterbe ein, zwei, zwei Oh, ich hab hier nen Zwille Ja, los, zwill mal, zwill mal Runden hier Aschlos Ich will auch sowas machen Hallo Hallo, ich will auch Ja, Bruder Was ist das hier für eine Achterbahn Digga, ich komm acht Jahre später, was ist los? Aber Hauptsache, ich komme Huuuuhu Haumsache, du kommst Hallo Was ist das? Soll es ein Rüssel sein? Von steinerter Rüssel oder was? Er ist, glaube ich, ein Stoßzahn von irgendeinem Eismammut Digga, ich kürze ab, Bruder Huuuuhu Achso, ich kann gar nicht abkürzen Ahm, okay Habe ich klatschen gehört Ich will abkürzen, Bruder Meins kann abkürzen? Bestimmt, Harwin Digga, ich verkack hier die ganze Zeit Okay, jetzt einmal Serious, Bruder Einmal Serious Ja, bräuchte ich Oh, fuck Der hätte ich fast verkackt Ich versuche, ich versuche abzukürzen hier Uuuui Jawohl, bisschen geschafft, Bruder Bisschen geschafft Huuuuh 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 Jaaa Haben wir, Bruder Wie weit ist hinter dir? Digga, ich brauche noch zwei Jahre, Bruder Ah, Digga, diese Speedparts sind richtig nice, ey Huuuuh Gefällt mir Kua Ah, ich bin am Ende angekommen Jaaa Oh, vorbei Digga, ich brauche noch ungefähr zwei Jahre Huuuuh Kommt hin Schnell ab, Bruder Nein, wir brauchen beide Magic-Kräfte Oh ja Oh ja Oh ja Oh, nämlich können sie einfach gar nichts Was ist los? Mitchell, mein Leben ist so einfach Kua Hast du das gesehen? Wie schnell er ist? Krak Krak Richtiger Speedo Caricia Gib sie Gas jetzt Uuuuh Ah Noch ein bisschen länger Ja, ich habe ein paar Mal verkackt Das war nix, nix so smart, brutal Kann man hier noch verkacken? Wow Wow Ich hab's grad schon kommen sehen, ey Alter Schwede, ey Was war da los? Okay, Madam Ah Ja Reiß ihn kaputt, Bruder Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Ja Wenn etwas sterben, etwas zu tun kann Komm schon, Herr Hakim Oh, oh, warte einen Moment Wir sterben jetzt? Nicht du? Nicht du, aber deine Re-Lation-Shit Du meinst Re-Lation-Shit? Mit einem P? Nein Re-Lation-Shit 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 Oh nein Oh nein Oh nein Re-Lation-Shit 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 Fahr rein Oh 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 Ja, haben wir Was müssen du da machen? Punkt Oh, kapp Bist du hier richtig? Alles gut, alles gut hier Cool Alter Schwede Das war schnell, oder? Bist du auch hier? Digger Hak, wo bist du denn noch gecreust, ey? Ich abb hier die Restwähde Bruder luckless Der hat mich nicht geboostet, 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 der hat mich auch nicht geboostet. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu den komischen Zykloten. Wahrscheinlich ist er jetzt leider geschmolzen. Ja. Oh, jetzt können wir uns gegenseitig anziehen wahrscheinlich. Schauen wir mal, ne? Aber meine Freunde, nächstes Mal geht's weiter, dann können wir den Schneemann-Zykloten, was auch immer der Kollege war, ordentlich kalt machen. Ich denke mal, es wird der Endgegner sein. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann seid unbedingt in zwei Tagen wieder am Start. Daumen nach oben ballern und natürlich auch all unsere anderen Projekte anschauen. Und ja, heute war etwas feinlich, ne? Ich hab einen Daumen hoch, oh Muchachos, bleibt gesund und bis übermorgen. Ciao, ciao, ciao.